Wir wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen, nie mehr, nie mehr, zweite Liga, nie mehr. Mit einem Autokorso zog der Lask vom Volksgarten auf den Linzer Hauptplatz. Beste Stimmung herrschte dabei, nicht nur in den Cabrios, sondern auch bei allen Fans und Versanden. Von tausenden Laskanhängern gefeiert, waren alle beim Linzer ASK überglücklich, egal ob es der erste Titel war oder man darin schon Routine hat. Ich habe einige Meistertitel errungen als Spieler und als Trainer, aber früher ist nichts in dem Maßen gefeiert worden wie heute und das übertrifft wirklich meine Erwartungen. Wenn man noch nie Meister geworden ist, so wie, dann erlebt man das natürlich noch umso mehr und ich muss sagen, einsame Klasse. Vergessen waren in diesen Momenten die bitteren Zeiten, als man immer wieder hoffte und doch aufs neue Niederlagen einstecken musste. Ja, es hat lange Jahre die Nerven gekostet auch und ich bin ja so ein Mensch, ich zeig das nicht so, ich verliess das über so eine. Der Aufstieg ist also geschafft. Nun gilt die Konzentration der im Juli beginnenden Meisterschaft in der T-Mobile-Bundesliga. Wir sind ja unter Anführungszeichen jetzt nur aufgestiegen, um dort anzukommen, wo wir hingehören. Und wenn wir jetzt das schaffen, was Ried geschafft hat mit keinem überdimensionalen Budget oder was Basingen in den letzten Jahren geschafft hat, dann ist das vorerst einmal wirklich genug. Nach den Trauben wollen wir nicht greifen, vor allem nicht nach den Süßen, die sind meistens unerreichbar. Losgab! 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 Los